Die Mutlosigkeit dieser Regierung verursacht seit Jahren einen Stillstand. Besonders schmerzhaft ist er in der Bildungspolitik. Wie viele Jahrgänge sollen noch darunter leiden? Wir brauchen ein Umdenken und ein Umlenken in der Bildungspolitik. Die Schulautonomie ist ein Kernelement des Vorschlags der NEOS. Nur wenn wir autonome Schulen im Sinne von Personal, Ressourcen bis zu einem gewissen Grad auch Lehrinhalte haben, können wir damit rechnen, dass es ein Team gibt, das an einem Strang zieht im Interesse unserer Kinder. Mehr Autonomie in die Schulen, weniger Parteibuch in den Schulen, mehr die Kinder in dem Vordergrund und nicht die Interessen aller anderen. So rasch als möglich, habe Mut und wähle NEOS.